was geht ab und heute werden wir für den neuen super boost sammeln ich bin echt gespannt auf die unit bevor wir das machen ganz kurz für euch damit ihr kurz gedeckt seid was dann auf jp abgeht wir haben eine neue campaign fall campaign ich werde euch die ganzen mission ganz kurz einblenden bzw den link in die beschreibung setzen damit ihr da gedeckt seid an der stelle ansonsten battlefield ist wieder online das event kommt zurück und das ist quasi das neue story event hier könnt ihr wie besprochen in dem news video es gibt vier stages bekommt ihr da einmal stones die ganze medaillen die karaktere etc und wir gehen rüber zu den sammen by the way die stones sind aus uchi adagis gameshop der link ist in der beschreibung könntest gerne abchecken global ist leider momentan immer noch offline die anderen spiele funktionieren aber so wie du kann bei ljp zum beispiel also falls ihr das sammeln wollt auch bei boo könnt ihr da gerne mal abchecken den store der link ist in der beschreibung und euch da vielleicht den ein oder anderen günstigeren stone holen das banner von superboo als ich im preview gesehen habe dass das super video dabei ist habe ich mich gefreut wir haben den neuen super boo ich weiß ich bin irgendwie voll crazy und cool auf der einen seite ich würde den schon gerne haben auf der anderen seite haben den neuen satan mr satan der ist gar nicht mehr so schlecht dann haben wir wie gesagt unsere neue kai western kai die würde ich auch gerne haben wirklich sehr guter supporter für das dream of gods team außerhalb davon haben wir wie gesagt vegeto habe ich auf jp nicht könnte ich gerne annehmen kiddo habe ich glaube ich auch nicht dann aber auch nicht nur her damit ihr merkt schon wir sind auf jp unterwegs und auf jp können wir vieles annehmen ist nicht so wie auf global dass sie quasi schon viele charaktere auf 100 haben oder weiß gott was da abgeht nachrede kurz sind wir sind hier im ersten multi mit trunks und chaozu ganz dezent mit trunks und chaozu freunde wenn euch das ganze bis jetzt schon gefallen hat beziehungsweise dann im nachhinein ich dachte schon der bleibt rainbow dann im stream track im nachhinein gefällt dann lasst auf jeden fall like da und falls ihr neu da seid lasst auch auf ein abo da wenn ich das ganze gefällt und in zukunft nichts verpassen wollt wir sind hier im ersten mutnis haben hier an der stelle fangen an mit c19 weiß nicht warum ich c16 im kopf hatte aber das war natürlich c19 wahrscheinlich auch weil auf global quasi neuen banner online sind mit c16 anyway aber hier haben wir viele androids an der stelle wollen aber keine androids wir sind auf jp androids sind momentan ein ding auf global nicht auf jp mein freund kail ok kail jaja du bist zwar kein android aber ja ok nehmen wir an ein ssr haben wir schon mal außen vorweg den könnt ihr wie gesagt behalten der hat eine awakening bekommen mit dem neuen doken event medaille vom neuen boo kann man zum ssr bringen warum nicht kann man ja auch auf jeden fall an der stelle useln und im gssr oh mein gott die silhouette die silhouette kenne ich gar nicht das ist unser boy jetzt habe ich total den namen vergessen so schockiert war ich von ihm lotzlack natürlich ich habe die noch nie gesehen selbst bei mir deswegen dachte ich warte mal ist es eine boo im gssr slot nee nee das sollte nicht das sollte nicht lotzlack ok nehmen wir an hier an der stelle kommt auf global auch noch hat alles seine zeit und ja ah der der hätte mich fast der hätte mich fast der hätte mich fast gucken wir mal was jetzt abgeht noch freunde wir haben jetzt eine stolze anzahl an stones ich weiß nicht ob ich alles verbauen oh das ist ein duo ein featured charakter sollte dabei sein ich weiß nicht ob wir alles verhauen werden vielleicht hebe ich mir was auf für ein stream summon entweder ist das schon passiert oder wird noch passieren wenn ihr es wieder angesehen habt hier ok achso wir haben ein duo das heißt ein featured charakter aber wir haben ja auch sr charakter also könnte auch der sr boo damit gemeint sein wir hoffen natürlich auf ein ssr ok 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 nice die nehmen wir an ich habe auch gott sei dank das glück gehabt habe aus den tickets da habe ich ui goku gezogen auf jp also die in dem dream of gods team als supporterin sehr nice gibt in dream of gods charakterien attack unter 40 prozent und eine 7 prozentige crit chance ich weiß ich weiß nicht warum ich immer die würde ich gerne mal versuchen im dream of gods team warum nicht ok korrekt 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 mit der wir haben schon mal einen neuen ssr immerhin immerhin einen neuen beziehungsweise ein featured ssr haben wir auf jeden fall schon mal gezogen ah goku ok im gss slot habe ich auch lange nicht mehr gesehen den boy korrekt auf die freue ich mich die ist auf jeden fall nice hier an der stelle hat natürlich auch eine farmbare essay durch das neue story wenn so ist nicht ist ein supporter aber ist farmbar nur her damit würde ich sagen all right all right freunde all right freunde Super Buu, seine Kategorie Ist Ich finde sie nicht schlecht, ich finde sie schon cool Auf eine Art und Weise, nur ein oder zwei Oh, der ganze Squad ist hier, die ganze Squad Der ganze Squad, und zwar Ich finde sie interessant, ich würde sie gerne probieren Mal spielen, deswegen Super Buu, wenn sie heute gewillt sind zu droppen Dann kommt sie nur Super Saiyan 2, die Animationen, die fehlen heute noch Die Hype Animationen Fehlen noch, oder was sagt ihr Wie gesagt, über Super Vedito würde ich auch nicht Auch nicht Beschweren, ich wollte gerade sagen, auch nicht freuen Ähm, natürlich Über den freuen wir uns Beziehungsweise, ich bin gerade total Verwirrt, hab wieder meine Brain Lags Ihr merkt das gerade wahrscheinlich Es ist ein bisschen früher am Morgen, waren heute schon früh aktiv Mit den ganzen News, die reinkamen Rauskamen, deswegen verzeiht mir Falls ich mich mal, au Okay, der hat auch seinen Awakening bekommen, noch ein Featured Charakter Okay, die Featured Charakter ziehen wir zum Glück Die ziehen wir zum Glück So ist nicht, deswegen verzeiht mir Weil ich mich irgendwie Heute allzu sehr verplappere Ihr merkt schon, ihr merkt schon Oh, das war gar nicht der GSR Wow, okay Freunde Wow, 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 okay, okay, halt, halt Also SSR ziehen wir auf jeden Fall SSR ziehen wir auf jeden Fall Da kann ich mich auf gar keinen Fall beschweren Okay, 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 es wird spannend Es wird spannend, es wird spannend Es wird spannend Oh je, oh je Let's go Oh, ja, da knackst auch alles Oh, wo sind die Animations? Wir wollen die Animations Please, Leute von euch Trunks und Tierna Trunks und Tierna an der Stelle SuperSane 2 Kommen wir mal drüber Hey, hey Wie viele Mutti ist das? Der dritte oder vierte? Hab gar nicht mitgezählt Jaco Mit seiner schönen Pose Aber wir wollen mal Ja, SuperSane 3 In dem Mutti ist ein Wissenswitzer Ist der GSR oder mehr GSR auf jeden Fall Aber einfach nur wegen Wiesel Hype Versteht ihr? C18 An der Stelle Hier am Start Und das ist gut SuperSane 3 Wie geht es? Okay, okay Die SSR droppen Freunde Die SSR droppen auf jeden Fall Kommt schon Kommt schon Ich will sie eine Feature SSR Schon wieder der Was ist das? Was willst du hier? Ey, der geht nämlich Irgendwie an die Pose von Boo Von dem neuen Boo Ich weiß, was hat er Eigentlich von der neuen Transformation von Boo Ich habe euch erst Im letzten Video gefragt Aber ich finde es echt Nein, guck mal Die Pose ist echt ähnlich Bisschen ähnlich Ja, okay Bisschen ähnlich Ich finde es echt cool Ja, es ist mit dem Entweder oder Ab Anbeginn der fünften Runde Ihr habt nichts dagegen Haben wir jetzt 300 Stones Haben wir Oh, oder haben wir Ja, ich habe jetzt Oh, das ist wieder ein Duo Eigentlich Guck mal Featured Charakter Könnte auch der SSR sein Also ich finde die Transformation Echt nice Würde sie gerne testen Vor allem auch das Team Das Team ist schon Vielfältig Vor allem Ah, SuperSane God Ich habe auch SuperSane God Glaubt Vor allem war ich auch Auf JP Oh Nicht gefeatured Geht gleich los Vor allem war ich Auf LSL Auf Globo Äh, glaube nicht Auf JP habe Deswegen hätte ich Wirklich nichts Gehen SuperBoo SuperBoo Das ist halt die andere Frage Okay, wie denn war das Yes, it was Oh Gott, wir sind schon bei 250 Wir sind schon bei 250 Ich bin eigentlich am überlegen Ob ich noch Eigentlich Was ich aufheben soll Für euch Aber irgendwie habe ich Im Gefühl Ein Multi Machen wir noch Ein Multi One Last Multi Freunde Hashtag One Last Multi Is Im Neuesten Banner Von SuperBoo Gehen wir mal hier rein Und schauen was abgeht Meine lieben Freunde Wie gesagt Wenn ihr summed Oder schon gesummed habt Ich wünsche auf jeden Fall Sehr, sehr viel Glück Okay Viele Jungs sind am Start Auf jeden Fall Ich hoffe ihr habt das Gesummelt Was ihr wolltet Oder seid mit dem rausgegangen Was ihr wolltet Oder falls ihr noch Summonen werdet Hoffentlich bekommt ihr Das, was ihr wolltet Oh, das muss sehen Zwei Dann haben wir wieder kurz Sinn Wir sind fürs heutige Video Im letzten Multi Summen Bekommen wir hier noch Etwas geiles Oh, ich weiß nicht Irgendwie Nein, ich fühle gar nichts Irgendwie Tote Hose Was sagt ihr Tote Hose Das wird wahrscheinlich Nur der GSSR Komm schon One Last Multi Hör doch auf Beendet Lass es nicht Mit einem GSSR Enden Bitte nicht Die One Last Multis Go on Mit dem Kick In unsere Fresse Ja, One Last Multi Ist heute wahrscheinlich Wow, okay Alles klar, Freunde Dann würde ich sagen Wir legen mal los Mit dem ersten Multi Summon Machen uns ein wenig warm Let's go Erste Multi Bei Super Bu Das Banner Was sagt ihr zum Banner Also ich Wie gesagt Physisch Super Vegito und Super Bu Sind echt nice Kid Bu Und Janemba Auch Die kann man Auf jeden Fall Auch nutzen So ist es nicht Ja, okay Der neue Hercules Hat einen neuen Charakter Der ist drin Den sollte man Nicht unterschätzen Supreme West Kai Ist auch nice Aber so Die Hauptcharakter Die ich im Auge Habe Sind Der neue Super Bu Und physisch Super Vegito Natürlich Gucken wir mal Ob da was kommt Auf JP können wir Sehr vieles annehmen Deswegen sind wir Auf JP Ja, auf JP Ist nicht wie bei Global Wie gesagt Dass ich da 1000 Charaktere Hab oder so Schauen wir was abkommt Ähm Wünsche Glück Lieben Dank Dankeschön Dankeschön Und so Was gesagt Hab als Free to Play Alle Neo God Lieder Und die meisten Kreature Lieder Korrekt Korrekt Freut mich Fake Out Nein Ich dachte schon Da stimmt was nicht Ich dachte schon Da stimmt was nicht Dieser Yu Danke für den Euro Was geht ab Ich hatte Hoffnung Auf Super Bu Wegen Fake Out Animation Dieser Yu Achso Das war von Dr. Johnny Sie wird sicherlich Stolz auf mich sein Dr. Johnny Dr. Johnny Lieben Dank Für den Euro Bestes Schlimmer Also Dankeschön Und diese ebenso Grüße gehen raus Oh mein Gott Ich hatte so Hoffnung Grad Kind, wo hab ich Auf JP nicht Deswegen nehmen wir ihn an Deswegen nehmen wir ihn Auf jeden Fall an Wir nehmen ihn an Facebook Äh Facebook sag ich Fake Out Debates Hatte ich lang nicht mehr Hatte ich lang nicht mehr Absolut erschrocken Ich auch Ich hab schon gedacht Da stimmt was nicht Da stimmt was nicht Da 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 Musst Ihr merkt schon Ihr merkt schon Ihr merkt schon Oh mein Gott Mein Bein hat Oh nein Im GSSS Slot Ja tatsächlich Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Wie es bei Thumbs Immer abgeht im Stream Ja ohne Schwarz Ohne Schwarz Das ist dann Quasi live Das ist echt nochmal Ein anderes Feeling Was glaubt Tribo Nicht viel bei dir Vegeta Wieder Fuse Ja Okay Einen Doka-Nexklusiven Charakter Haben wir Oh mein Gott Au Wenn es Super Buu ist Oh Wenn es Super Buu ist Oh mein Gott Einen Doka-Nexklusiven Haben wir Wer ist hier Doka-Nexklusiv Super Buu Vegito Kid Buu Und Janemba Es sind nur vier Bitte lasst einen richtigen sein Super Buu oder Vegito Super Buu oder Vegito Was sagt ihr Freunde Was denkt ihr Auf Ansage Die Maschine Mein Lieben Dank fürs Subscriben Mein Jin Y&E Ich lasse es eigentlich Total falsch ausgesprochen Aber dennoch Danke Immer diese Calls Immer diese Calls Tatsächlich Highway Pizza Danke fürs Vorder was gedacht Was sagt ihr Ihr sagt Janemba The Bait Super Buu Super Buu wäre geil Super Buu Super Buu Take Out Super Buu für Janemba, mann, Janemba ist geil, Janemba ist geil, Janemba ist geil, Mike, danke mir fürs Followern, aber, super boo, oh, okay, korrekt, als Support Refrain of Gods, ja, was ist für ein Multi, oh mein Gott, oh mein Gott, ist der MGS SR, ist der MGS SR, nein, oh mein Gott, was ist das für ein Multi Summon, GG, geil, Geil, Freunde, genau, Stream Summons sind echt krank, da habt ihr recht, Stream Summons sind echt brutal, richtig geil, richtig geil, oh mein Gott, was ist das für ein Multi, krass, krass, was ist ein Multi-ADF, ohne Spaß, Joker, lieben Dank fürs Followern, Dr. Johnny, ebenso, Mike, was geht ab, danke fürs Followern, Highway Pizza, super boo, oh mein Gott, oh mein Gott, if I die, I'm a legend, I'm a, Freunde, alle, jetzt, jetzt nix bei euch, Freunde, sollen wir hier noch weiter Summon, wir haben Super Boo, physisch Super Video Tour, müsste ich nicht unbedingt haben, wir haben Super Boo, den wollten wir auf jeden Fall haben, sollen wir hier noch drei Summon raushauen, da könnten wir drei Multi-Summon raushauen, hier sind auch, ähm, alle LR drin, nicht gefeatured, wollt ihr das sehen, oder wollt ihr sehen, dass wir auf Boo weiter Summon, also, gib mal die Ergebnisse raus, gib mal die Ergebnisse raus, bitte, mach noch einen bei Boo und Zyka Triebanner, hm, Summon doch einfach da, wo du willst, darf, die Sache ist die, mir ist egal, wo ich Summon, weil ich habe Super Boo, deswegen ist es mir richtig, ich lüge euch nicht, also, ich bin da echt so, ist mir wirklich egal, wir haben Super Boo, der Rest ist mir egal, deswegen könnt ihr ruhig entscheiden, Sie macht sich LR und zeigt, okay, let's go, hauen wir mal hier ins Samros, hauen wir noch die Stones hier raus, Stefan fragt nach Kevin, danke fürs Volumen, wie geht's denn Kevin, haha, oh, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist ein Trio, das ist ein Trio, let's go, guck mal, Schaut auf dem LR Banner in Kommen, call it right now, ja, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, schau mal, Super Szene 3 und God Animation, Schmeiß, das wär's noch, ne, das wär's noch, das wär's noch, Wie findest du den neuen Schöner zum Broly Film, absolut überragend, absolut überragend, absolut überragend, LRGF Call, ja, ja, das wär's, das wär's, das wär's, Du, der featuret am Ende, ja, kann auch sein, kann auch sein, aber über, 21 würde ich, C1, C1 würde ich cool finden, wenn wir C1 ziehen könnten, ja, nein, vielleicht, okay, doch nicht, okay, heute nicht, oh je, heute geschlossen, heute geschlossen, oh je, oh je, alright, wisst ihr macht's, wir machen hier noch ein, dann machen wir One Last Multi im Super Buu Banner, machen wir das Ganze einfach so, und den Dreistiger sollte ich dann mit den Missionen die Tage noch drauf kommen, dann haben wir die Dreistiger da auch zur Seite, noch wieder das Trio, wieder das Trio, okay, Freunde, wenn ihr mitmachen wollt im Super Buu Banner, danach mit One Last Multi, dann macht euch schon mal bereit für, oh mein Gott, LR sagt einer, für einen Grupsum, für einen Grupsum zum Abschluss, Opsa, ich hab, oh, das war zu schnell, sorry, Chichi, oh je, was macht Chichi da, oh je, meine, Chichi, Oh, habt ihr das gerade genappt? Ich dachte, das wird ein Fake Out, aber nein, nein, ich hatte gerade so Hoffnung, weil Fake Out, oh mein Gott, Fake Out wäre ein LR, so, Cell, das auf uns hier an der Stelle, ich sag, ich featuret dieser Cell, ich weiß gar nicht, Jawohl, perfekt, ein Dupe für sie, perfekt, Halt mal die Fresse, bitte, genau das, oh mein Gott, heute ist wieder so ein Tag, ich bekomme alles, was ich will, zu krank, wisst ihr warum? Weil ich hab die auf JP vor ein paar Tagen mit einem Singlesum gezogen, beim Freezer Banner, nicht gefeatured, heißt, das ist bei ihr unten rechts, oben links offen, und das ist ideal, wisst ihr auch warum? Weil auf Global hab ich C17, hier nicht, oh, ideal wegen, also Sex Content, wegen dem Android Team Build Guy, was euch auf jeden Fall auf die Tage kommen wird, Hashtag One Last Mutti, let's go Freunde, wenn ihr mitmachen wollt, wie gesagt, macht mit, wenn ihr mitmachen wollt, macht mit, bei einem letzten Mully, beim Super Buu Banner, mutter sehen, allein sind wir, deswegen brauche ich eure Kraft, seid ihr bereit? Hashtag OneLM, seid ihr bereit? Ich zäh runter, drei, zwei, eins, hey Osu, du hast mir vorgenommen, einmal im C17 zu ziehen und direkt C17 und C16 gezogen, gratuliere dir, perfekt, show your energy with OZero, let's go Freunde, one last multi, let's go, was geht hier ab, kann man sein Glück von Legends 2 Duckert übertragen, hat bei Legends den Sparken C16 im Single Summ gezogen, krass, kann man leider nicht, okay, okay, Janemba, Rakshasas Klaw, Rakshasas Klaw, wie frech ist denn der Dude, heute, Rakshasas Klaw, okay, krass, war das der Zeitlinch, oder der Dritte, ich weiß gar nicht, danach gibt es einen chilligen Farmstream, richtig, das ist nicht, das ist nicht der neue, ey, der neue Herkul, oh mein Gott, okay, und das soll der GSR sein, richtig, richtig, okay, Janemba nehmen wir auf jeden Fall an, ihr seht schon, guck mal, wie oft dieser Boot drin ist, der SR, aber den könnt ihr quasi nutzen, auf jeden Fall, Freunde, anyway, so viel zu den Summons, so viel zu den Summons, ja, vielen Dank für eure Energie, vielen Dank, dass ihr das Ganze mitgezogen habt, und wir schlussendlich, ganz sei Dank, super Boot ziehen konnten, das war richtig geil, das war echt geil, danke dafür auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.